hallo liebe menschen willkommen zu diesem kleinen aber feinen info video ja also 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 was ich sagen möchte zwar ist dass das zu erinnerungen anstehen auf diesem kanal die sind aber wohl weiß nicht und zwar die man auf wie die vielleicht aufgefallen ist wächst dieser karl da ja irgendwie nicht wird immer kleiner und ich habe schon drei abonnenten verloren und jetzt vielleicht taugen nix man wird dadurch nicht erfolgreich die vielleicht aufgefallen deswegen habe ich überlegt was ich machen werde und ich bin am schluss gekommen was ich machen werde was ich machen werden auf jeden fall kein let's place mehr zumindest auf diesen kanal denn ich werde trotzdem weiter jetzt vielleicht machen weil weiß ich nicht einfach mal lust habe so zu kommentieren aber jetzt nicht sicher ob ich da lust darauf lust habe und dass das regelmäßig kommt aber let's place wenn auf meinem 2 kanal nämlich da heißt luigi gm gm 2 als er einen besseren namen habt schreibt ihm bitte in die kommentare bitte jetzt nicht so so luigi gm lp oder luigi gm hd oder so ein scheiß weiß ich nicht keine ahnung aber ja aber was für videos hier kommen werden bin ich mir auch nicht sicher als sowas in der art wie entweder wie das phoenix weit die geschichte von phoenix so weit das video was ich keine angesehen hat denn das pokémon sowas wie die pokémon mond dinger wo ich noch den zweiten teil machen muss aber er kommt ich muss mich dazu bringen das spiel noch mal zu spielen weil ich habe keine lust darauf weil der hat einfach aufrufe ja krass und halt wie und talk mit mir allein das möchte ich trotzdem noch weiter führen wenn ich irgendwas zu bequatschen habe spätestens so wenn der crown staffel 3 rauskommt dann werde ich dazu wieder was erzählen und halt falls ich wieder einen podcast mit irgendjemand mache dann wird auch auf diesem kanal erscheinen und andere sachen ich habe auch schon zwei videos aufgenommen oder 1 1 2 ich weiß es nicht aufgenommen kommt was ich daraus machen werde ich habe nur eine video idee das sind meine pläne halt hat trotzdem noch mit gaming zu tun muss kein let's play ist aber als let's play sehen wollt könnt ihr ganz gerne mein zweitkanal abonnieren generell mein zweitkanal das wäre nämlich ganz 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 toll und ja mehr werden gleich zu erzählen das waren jetzt drei minuten drei minuten entertainment nee nee nicht entertainment drei minuten wissen von mir ja aber sonst steams werden auch weitergehen aber ich hoffe dass ich mit diesen anderen art von videos vielleicht ein bisschen erfolg habe wisst ihr wie geil das wäre mein gott ich erfolg das wäre so nett wäre nett wäre einfach nett ähm ja gut abonniert mein zweitkanal link ist in der video beschreibung und folgt mir auf twitter dann folgt mir überall und ja mal gucken wann ich das erste video geschnitten bekomme ähm die let's plays die jetzt noch laufen also mario olysee und phoenix werden noch weiter hier drauf laufen und die phoenix 2 trilogie also die drei spiele die werden auch weiterhin auf diesem kanal kommen bis das dann vorbei ist ich möchte ganz gern die mindestens einem zentralen ort haben alle drei spiele oder so man kann zwar die playlisten verlinken das habe ich auch schon gemacht ein bisschen glaube ich dass das die dann auch angezeigt werden irgendwo doch ja aber die werden noch hier auf dem kanal laufen dann das nächste und dann ja gucke ich mal was auf dem zeug kanal mache wahrscheinlich für das nächste dann erst links awakening sagen wir keine lust und ja ich habe auch vor vielleicht videos zu machen zu spielen ich aber mal privat spiele gucke ich mal aber ich habe ich habe viel vor und werde wahrscheinlich wenig schaffen weil ich faul bin so jetzt wisst ihr alles würde noch einen schönen tag ja aber lieb schau abonniert mein zweitkanal tschüss